Hallihallo, Hallöchen und Willkommen bei einer neuen Runde Minecraft Vanilla. Ich hör schon wieder Monster, ich geh da mal. Okay, es ist noch nicht nachts. Nee, nee, ich hab gerade geschlafen. Beim Einloggen, wo ich gerade mein Trinken holen wollte. Da. Aua! So, ich wollte genau, ich wollte ja weiter sortieren. Ich bin ja beim Sortieren und ich weiß gar nicht mehr, wie ich sortiert habe. Ich weiße, ne? Ja, das ist immer doof, wenn man nicht mehr weiß, was man weiß. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dran war. Schon ein paar Tage hier. Ja, das Problem hab ich auch so gerade. Ich weiß, dass ich am Sortieren war, ich weiß noch nicht wo. Ich war am Sortieren. Achso, ja genau, hier hab ich schon Kisten weggemacht. Holt runter irgendwo. Also. Muss ich alle Kisten suchen hier. Jetzt muss ich alle Kisten durchsuchen. Oh yeah. Das ist immer geil, wenn du dann nicht so weißt, so quasi, wo war ich zum Schluss? Wo war es? Was hab ich hier gemacht? Ich muss mich gleich jetzt mal wieder reinfinden. Ach ja, wir waren... Wir waren ja auch... Wo war es in der Höhle? Ich war in der Höhle gewesen, letztes Mal genau. Wo war ich in der Höhle? Ob ich die jemals wiederfinden würde. 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 Ich weiß es nicht. Super. Lecher zu essen? Natürlich hab ich nix zu essen. Kann man einen Kürbis so essen. Na, ich glaub nicht. Ich hab' einen ungekippten Hund. Ungekippten Hund? Schmeckt er lecker? Schmeckt sowas lecker? Ich mein' ein ungekippter Hund. Ich hab' hier noch mal eisen. War nix mehr dran. Toll. Ich hab' vor der Wand gelaufen. Was hat mir ein bisschen fehlt? So meine... So ein bisschen the life and the woods. Bisschen fehlt mir das. Aber noch ein bisschen. Ja... Ein bisschen mehr auch. Können ja mal gucken. Dann lass' mir das hier wieder rein. Pasieren. Nein. Alles gut. Alles gut. Nee, ist doch okay. Alles gut. Ich bin da schmerzfrei. Müsstest du eigentlich mittlerweile wissen. So. Ich geh' noch mal ne Runde in ne Höhle. Diese vielleicht. Hier war glaub' ich auch noch mal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo was war. Bruchstein. Hab' ich denn noch welchen? Da war auch Bruchstein. Da hab' ich Bruchstein. Dort. Birkenbrette. Eichensatzlinge. Eier. Ich bin hier grade am Sortieren. Was denn? Das ist grade nicht so einfach. König. Erde. Nieterziegel hab' ich auch. Nieterziegel. Aha. Angesied. Es müsste hier irgendwas sein, oder? Farbenverlöck. Noch'n Mehl. Noch'n Blumenfeierstein. Ui. Ich fette nur meine Kartoffel. Decke, wie schlag. Wiss's. Buschka, Mauer, Buschka. Central, Blumenfreierstein. Schicht, schreie, schreie. Ist das doch so? Oh, wie ist das so, oder? Da hab ich noch nix. Erde. Super. Was hab ich denn hier? Bögen, Pfeile, Werkzeuge. Aua! Alter, wo kommen die denn alle her? Zucker, Zucker, Rohr, Eier, Äpfel, Karotten. Kürbiskuchen, Kürbis. Kürbis, Kürbis. Warte. Kürbis, Samen, Weizen, Weizen, Brot. Ich nehme hier roher Fisch. Roter Eki-Samen, Roter Eki-Samen, Gratener Fisch. Kürbis, Brauer, Kürbis. Roles Fleisch, gebratenes Fleisch. Hab ich natürlich nicht zu können, aber Brotsfleisch. Genau, ich hab's nicht klar. Habe ich gleich. Eisen. Habe ich da. Röstung. Habe ich hier. Kohle. Habe ich da. Eisen. Gold. Lapis. Smaragde. Heißer Kampf hier. Wie packe ich denn den Nachmablock? Am besten da, wo Erde ist. Äh, wo haben wir denn Erde? Da. Ähm, hier. Pumma, Pumma. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Schon wieder einer, Alter. Glas. Wo hab ich Glas? Die Bretter. Rufstein. Oh. Knochenmehl. Knochenmehl. Habe ich hier noch welche. Warte, Knochenmehl, Knochen. Ja. Wachtspulver. Lacktor. Machen wir ihn nach oben. Ja. Machen wir ihn mal nach oben. mehr als Dynamin sollte ich nicht erinnern das ist nicht so gut Nö kommt nicht so gut ich glaube da haben wir schon Erfahrungen mit ja so ein bisschen ein wenig Erfahrung Rottetes Fleisch Herz des Meeres Tintenbeutel so ein bisschen Eisen haben wir wieder ach Quatsch da ja da so wir sind wieder in der Mine aber direkt bei mir unter der hat er verrottetes Fleisch warte traurten Fleisch tschüss ah shit Fleisch ich glaube da kannst du doch nichts machen oder? doch kannst du doch Knochen mehr raus machen mit Farot und Fleisch? ja schwarz das kannst du doch in diesen komischen Ding packen und dann kannst du das ok hab ich vergessen oh mein genauso die gammeligen Kartoffeln kannst du auch da rein die giftigen oder was? ja die kannst du auch wo rein? in der Komposter oder was? naja ok ich will jetzt eine neue auf Federn oh Gold habe ich auch giftige Kartoffeln giftige Kartoffeln 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 Herz des Meeres ich glaube da noch ein diverses Nobsporn wahrscheinlich wo man nicht so viel von kriegt Diverser Diverser Nobsporn Tintenbeutel, das. Spinnenaugen. Oh, aktuell ist es so warm, liebe Leutchen. Ich bin am schwitzen. Wir hatten heute 35 Grad oder 36 Grad, also teilweise sogar 37 Grad. In dem LKW war es gefühlte 48 Grad. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann echt keine... Aua. Keine Ahnung, was ihr gehabt habt. Ich wusste nur, es war heiß. Es war mega heiß, auf jeden Fall. Danke. Schön, der LKW, der war echt. Und die Klimaanlage ist kaputt. Ey, es war mal wurde gespeichert. Hey, geht wieder. Schau mal. Super. Das ist auf jeden Fall die Anzeige. Mit der Teebel. Also so NRW ist im Augenblick am Brennen gefühlt von den Temperaturen. Fertig. 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 Gespitzt überhaupt nicht, der ist noch zu kalt. Ich würde gerne noch mehr Hitze. Ja klar. Fertig. Warte ich. Komm ich, wollte ich frühe immer so. Kann man noch ein bisschen wärmer werden. Nicht so. Hallo? Das ist genau deine Stimme finde ich. Du hast nicht mehr alle. Das fängt jetzt erst auf. Doch leider schon. Oh mein Gott. Das fände ich ja nur hier, weil mir da jetzt erst auffällt. Ja genau. Aua. Irgendwas hat mich gestochen. Trittsviel. So. Oh. 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 Gott. Oh. 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 Das war's. k die so nach oben interessant werden könnte ich es tut das ist immer so diese frage der fragen die ich habe ich habe mich hoch gebaut stimmt ich habe mich hoch gebaut ich hatte mich einmal hoch gebaut natürlich mit hier und das wäre höhere musik jetzt passen gut wie Peace. das gefällt mir weniger weniger bis gar nicht Ach, hier war ich noch nicht Ach du Scheiße, hier geht es ja auch noch weiter Wo kam ich denn jetzt? Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Spitzhack Ein bisschen Spitzhack muss sein Äh Wo hab ich denn jetzt? Oh nein, ich hab mein... Oh, bin ich dämlich Ich hab meine Werkbank stehen lassen Das ist natürlich doof Alter, hier läuft der Rotz hier runter Das gibt es ja gar nicht Alter Geiler So, nochmal eine neue Spitzhacke Ähm Eine neue Axt können wir auch nochmal gebrauchen vielleicht Schon mal Ach, ich hab schon eine neue Axt Äh, ich hab noch eine Axt Das ist natürlich doof Äh, ja Den Rotz kann ich ja hier lassen So Oh 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 Was haben wir denn hier? Äh Oh, ich hab einen Diamanten gefunden Ähm, ähm Toll, was mach ich denn jetzt? Weiß ich Weiß ich Ich hab keinen Platz mehr Was mach ich denn jetzt? Äh Erstmal die Kohle, äh, zusammen Stand Flupp So Ähm 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 Jetzt auch nicht Äh Äh Kann ich denn jetzt reintun? Hier so ein bisschen Holz Die Fackeln kann ich mir gleich Hey, Melonenkerne Und ein goldener Apfel Oh Ein goldener Apfel Weißt du, was das heißt? Weißt du, was das heißt? Ich nicht Auch nicht So, Melonenkerne So, erstmal ein Holz hier wieder mitnehmen Ich weiß gar nicht, was ich mit so viel zäunen soll Aber Hey Wird mitgenommen Ich glaub ich kann doch erstmal mitnehmen Ich weiß nicht Ich weiß nicht, was ich mit mir